Marienau ist nicht nur ein Internat, Marienau ist mehr. Auf dem großzügigen Parkgelände stehen die Wohn- und Unterrichtsgebäude. Hier ist ausreichend Platz für Sport, Freizeit und Gemeinschaft. Auch unsere Lehrer und Lehrerinnen leben hier. Marienau ist ein Ort mit sehr guten Lebens- und Arbeitsbedingungen, eben perfekt geeignet, gemeinsam mit anderen erfolgreich den Weg zum Abitur zu beschreiten. Hallo, ich bin Frieda. Ich nehme dich heute mit zu einer kleinen Tour durch unser Internat. Jetzt haben wir gerade Erdkunde. Das ist unsere Lehrerin Frau Kretschmer. Wir haben bei uns kleine Klassen. Die Ausstattung mit modernen Medien ist Standard. In unserer Bibliothek besprechen unsere Lehrkräfte gerne Themen zum kommenden Unterrichtsstoff. Das Arbeiten und Leben an einem so schönen Ort ist ein echtes Privileg. In Marienau haben wir eine hervorragende Lernumgebung und ein sehr gutes Miteinander im Kollegium und mit den Schülerinnen und Schülern. Moin! Hallo! Moin! Hallo! So, und schwer in der Vorbereitung? Ja, wir sind hier gerade. Klar, ohne Hausaufgaben geht's bei uns auch nicht. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an den Lehrer in der Lernzeit im Wohnbereich wenden. Hallo, hier bin ich jetzt und jetzt kochen wir gerade. Eigentlich finden alle Mahlzeiten im Speisesaal statt. Aber am Wochenende und an den Gruppenabenden kochen wir oft zusammen. Und Gerichte aus den Ländern unserer internationalen Mitschülerinnen und Mitschüler zu kochen, macht zusammen besonders viel Spaß. Ab nach draußen! Das Schönste am Unterricht sind die Pausen. Hier am See haben wir eine tolle Location zum Relaxen und Chillen. Das Angebot an sportlichen Aktivitäten ist richtig groß. Hier kannst du dich vielfältig ausprobieren. Aber keine Sorge, bei uns steht nicht nur die Leistung ganz oben, sondern auch der Spaß und der Zusammenhalt. Musik Ja, komm her! Ja, komm her! Musik 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 Was mir besonders gut an Marienau gefällt, die kleinen Klassen. Das Miteinander macht einfach Spaß. Die Lehrer sind immer für uns da. Unsere tollen Projekte. Das vielseitige Sportangebot. Die Parkanlage, das ganze Gelände und die Atmosphäre. Marienau ist ein ganz außergewöhnlicher Ort zum Lernen, Leben und Arbeiten. Meine Empfehlung, Daumen hoch. Marienau ist ein ganz außergewöhnlicher Ort zum Lernen. Marienau ist ein ganz außergewöhnlicher Ort zum Lernen. Die Parkanlage ist ein ganz außergewöhnlicher Ort zum Lernen. Untertitelung des ZDF, 2020